Anima City hat sich vollkommen zu einer Stadt entwickelt, wo humanmige Tiere wie Tiere leben können. Da ist das! Anima City, ziehst du auch dorthin? Ich muss nie wieder wegrennen! Hm, du bist ein Tier. Ich hab doch schon gesagt, dass ich ein Mensch bin! Es ist mein Job, den Frieden zwischen den Tieren zu erhalten. Und diese Stadt soll ein Paradies für Tiere sein? Darum bin ich hier. Gibt es da etwa Regeln? Naja, das stärkste Biest gewinnt. Verstehe. Ist das so, Leute? Ich will nie wieder Menschen sehen. Geht mir aus dem Weg! Hört auf damit! Warum sind Tiere immer auf Streit aus? Diese Leute wurden von Menschen ermordet. Los, hört ab! Wir sind fertig mit unserer Ermittlung. Ich sag dir, ihr seid aufhören! BNA Ausstrahlung beginnt am 20. April auf Fuji TV Plus Ultra. was im zum 1-2-4-5-1-0. Ihr Unge 2-2-4-5-5